Gleich zwei neue Höchststände meldet das Robert-Koch-Institut für Deutschland. Zum einen ist die Zahl der Menschen, die sich binnen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 33.777 angestiegen. Zum zweiten ist die Sieben-Tages-Inzidenz mit fast 185 so hoch wie noch nie. Die Bundesregierung will die Inzidenz auf 50 senken. Die Zahl der Todesopfer lag zuletzt bei 813 Menschen innerhalb eines Tages. Es ist der bisher zweithöchste Wert. Corona-Hotspot in Deutschland bleibt Sachsen. Acht der zehn am stärksten betroffenen deutschen Landkreise liegen in dem Bundesland. Zuletzt hatten Aussagen eines Mediziners aus Zittau für Aufregung gesorgt, dass in Sachsen triagiert werde. Tatsächlich müsse sich aber kein Corona-Patient aus Sachsen Sorgen machen, nicht behandelt zu werden, so die Uniklinik in Leipzig.